In der Praxis werden für die Auslegung von Bauteilen häufig verschiedene Festigkeitskennwerte benötigt, wie zum Beispiel die Streckgrenze bei statischer oder die Schwingfestigkeit bei dynamischer Bauteilbelastung. Bei dynamischer Belastung liegen die Kennwerte für rein elastische Verformung beispielsweise weit unter der im statischen Zugversuch ermittelten Streckgrenze bzw. 0,2% Dehngrenze. Hier wird die Angabe der sogenannten Schwing- oder Dauerfestigkeit erforderlich. Schwingfestigkeit beschreibt die Festigkeit eines Bauteils bei dynamischer Belastung in einem bestimmten Schwingzahlbereich, also die Spannungsamplitude, die das Bauteil für eine bestimmte Anzahl von Schwingspielen ertragen kann. Die Dauerfestigkeit bezeichnet die Spannungsamplitude, mit der das Bauteil theoretisch unendlich oft wechselnd belastet werden kann, ohne dass es versagt. In dem folgenden Video zeigen wir euch, wie man die Dauerfestigkeitswerte mithilfe des Smith-Diagramms ermitteln kann. Dabei wird stets eine Belastung vorausgesetzt, die eine Spannung im Bauteil verursacht. In den Spannungszeitdiagrammen wird zwischen verschiedenen Spannungsverläufen unterschieden. Ein statischer Verlauf tritt auf, wenn eine Belastung über den zeitlichen Verlauf konstant bleibt, also zum Beispiel durch einen dauerhaft belasteten Kragarm. Wird zum Beispiel ein Kranenseil hingegen abwechselnd be- und entlastet, wird von einer schwellenden Belastung gesprochen. Es entsteht ein periodischer Verlauf im Spannungszeitdiagramm, mit Mittelspannung und einer entsprechenden Amplitude. Daraus ergeben sich gleichzeitig die Ober- und Unterspannung, d.h. die maximale und die minimale Spannung. Die Minimalspannung ist in diesem Fall Null. Ein wechselnder Verlauf tritt auf, wenn eine rotierende Welle mit einer Kraft belastet wird, also beispielsweise durch ein Zahnrad. Auch hier ergibt sich ein periodischer Verlauf. Allerdings haben Ober- und Unterspannung, also maximaler und minimaler Spannungswert, jeweils unterschiedliche Vorzeichen. In den allermeisten Anwendungen liegt neben der dynamischen Belastung auch eine grundlegende Zug- oder Druckbelastung vor. Die Mittelspannung, also die Spannung, die genau den Mittelwert aus Ober- und Unterspannung angibt, ist also nicht Null. Bei Belastung befindet sich das Bauteil nie in Ruhelage. Die schädigungsfrei ertragbaren maximalen Spannungsamplituden können mithilfe von sogenannten Smith-Diagrammen abgelesen werden. Grundlage für die Erstellung eines Smith-Diagramms sind die Festigkeitswerte aus sogenannten Wöhler-Versuchen. Bei einem Wöhler-Versuch wird eine Vielzahl von Einzelschwingversuchen durchgeführt. Dabei wird die am Bauteil anliegende Mittelspannung konstant gehalten und mit jeder Versuchsreihe schrittweise gesteigert. Es wird die Spannungsamplitude gewählt, bei der der Werkstoff bezogen auf die anliegende Mittelspannung als dauerfest gilt, also theoretisch unendliche Schwingspiele erträgt, ohne zu versagen. Dabei bezeichnet die Dauerfestigkeit die maximal zulässige Spannung, die ein Bauteil dauerhaft ertragen kann. Im Smith-Diagramm wird die Spannungsamplitude über der Mittelspannung dargestellt. Die Mittelspannung beschreibt die anliegende Belastung. Durch einfache Parallelverschiebung können die oberen und unteren Spannungswerte eines jeden Wöhler-Versuchs in das Smith-Diagramm übertragen werden. Die Oberspannung bildet im Smith-Diagramm mit der zugehörigen Mittelspannung einen Punkt der Dauerfestigkeitskurve. Somit ergibt sich der folgende Graph. Im Smith-Diagramm kann nun die ertragbare Amplitude bei gegebener Mittelspannung für eine dauerfeste Auslegung abgelesen werden. Diese Vorgehensweise erfordert jedoch einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand, um im voraus eine ausreichende Anzahl von Wöhler-Versuchen durchzuführen. Das Smith-Diagramm kann in vereinfachter Form auch mithilfe bekannter Festigkeitskennwerte erstellt werden. Dazu werden auf der x-Achse die Mittelspannung und auf der y-Achse die Spannungsamplitude abgetragen. In das leere Koordinatensystem werden Zugfestigkeit und Streckgrenze als horizontale eingezeichnet. Die Zugfestigkeit dient nur als konstruktiver Hilfswert. Aber die Streckgrenze stellt bereits die obere Abgrenzung des zulässigen Bereiches für eine dauerfeste Auslegung eines Bauteils dar. Ein Überschreiten der Streck- bzw. Dehngrenze von Werkstoffen führt zur plastischen Verformung und ist in der Regel bei der Festigkeitsberechnung von Konstruktionen, die linear elastisch belastet werden, unerwünscht. Dieses wird als Streckgrenzenkriterium bezeichnet. Im zweiten Schritt wird eine 45-Grad-Linie in das Diagramm hinzugefügt. Von deren Schnittpunkt mit der Zugfestigkeit wird die halbe Wechselfestigkeit abgetragen. Die Wechselfestigkeit ist ein Sonderfall der Dauerfestigkeit, wobei die Mittelspannung null ist. Dieser neue Punkt wird geradlinig mit dem Wert der Wechselfestigkeit auf der y-Achse verbunden. So ergibt sich zusammen mit der horizontalen von der Streckgrenze die Begrenzung der Oberspannung. In anderen Darstellungen des Smith-Diagramms wird die Wechselfestigkeit direkt mit der Zugfestigkeit verbunden. Zur Vervollständigung des dauerfesten Bereiches muss die Amplitude am Schnittpunkt des oberen Linienzugs mit der Streckgrenze an der 45-Grad-Linie in die negative Richtung gespiegelt werden. Dies ergibt einen neuen Punkt für den Verlauf der Unterspannung. Dieser wird mit der negativen Wechselfestigkeit auf der y-Achse und dem Schnittpunkt von Streckgrenze und 45-Grad-Linie verbunden. Nun können zu jeder Mittelspannung Sigma M die maximal dauerfest ertragbaren Spannungsamplituden abgelesen werden, ohne dass aufwändige Wöhler-Diagramme aufgestellt werden müssen. Im Smith-Diagramm können wechselnde und schwellende Spannungsverläufe unterschieden werden. Der Wechselbereich reicht von der y-Achse bis zum Nulldurchgang der unteren Grenzlinie. Für schwellende Spannungsverläufe gilt der Bereich ab dem Nulldurchgang der Linie für die Unterspannung. Als wichtigste Kenngrößen können aus einem Smith-Diagramm bei einer bekannten Mittelspannung direkt die zulässige Ober- und Unterspannung abgelesen werden. Der Schwellfestigkeitswert entspricht dem y-Wert am Schnittpunkt der Unterspannung mit der x-Achse. Sofern das Bauteil rein wechselnd beansprucht wird, ist die Mittelspannung Null. Das heißt, die Wechselfestigkeit kann direkt an der y-Achse im Koordinatenursprung abgelesen werden. Für jede Belastungsart, also Biegung, Torsion sowie Zug und Druck, gibt es ein eigenes Dauerfestigkeits-Schaubild nach Smith für einen entsprechenden Werkstoff. Wir wollen noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ein Bauteil kann nicht nur statisch, zum Beispiel durch Zug, sondern auch dynamisch belastet werden. Bei der dynamischen Belastung verändert sich die angreifende Spannung zyklisch. Die Spannung schwingt dabei um die sogenannte Mittelspannung. Die maximale Spannung wird als Oberspannung und die minimale Spannung als Unterspannung bezeichnet. Ober- und Unterspannung haben bei schwellender Belastung gleiche und bei wechselnder Belastung unterschiedliche Vorzeichen. Bei diesen dynamischen Belastungen wird die Dauerfestigkeit als bedeutender Kennwert für die Bauteilauslegung betrachtet. Die Dauerfestigkeit ist die maximale Spannung, die dauerhaft von einem Werkstoff mit dynamischer Belastung ertragen werden kann. Im Smith-Diagramm kann der Wert für die Dauerfestigkeit in Abhängigkeit von der Mittelspannung abgelesen werden. Die Mittelspannung befindet sich auf der X- und die Dauerfestigkeit auf der Y-Achse. Bei einer bekannten Mittelspannung können im Smith-Diagramm die dazugehörige maximal dauerhaft zulässige Spannung, die Oberspannung auf der oberen Dauerfestigkeitskurve und die minimal dauerhaft zulässige Spannung, die Unterspannung auf dem unteren Kurvenzug abgelesen werden. Der Kurvenverlauf kann entweder experimentell durch eine Vielzahl von Schwingversuchen ermittelt werden oder das Diagramm wird unter Zuhilfenahme bekannter Festigkeitskennwerte erstellt. Bei einer Mittelspannung von 0 entspricht die Dauerfestigkeit der Wechselfestigkeit. Der Schnittpunkt der Dauerfestigkeitskurve mit der X-Achse trennt den Dauerfestigkeitsbereich in schwellende und wechselnde Beanspruchung. Anhand einer Biegelbelastung und einer bekannten Mittelspannung von 500 MPa sollen die charakteristischen Festigkeitswerte aus einem Smith-Diagramm nochmals zusammengefasst werden. Bei einer Mittelspannung von 500 MPa kann man aus dem Smith-Diagramm eine zulässige Oberspannung von ca. 830 MPa und eine zulässige Unterspannung von 150 MPa ablesen. Die zulässige Spannungsamplitude beträgt hierbei 340 MPa. Diesen Wert kann man sowohl grafisch ermitteln oder durch eine Formel berechnen. Wird das durch Biegung belastete Bauteil, zum Beispiel rein schwellend, beansprucht, kann man eine zulässige Biege-Schwellfestigkeit von 750 MPa ablesen. Würde das Bauteil rein wechselnd beansprucht werden, lässt sich eine zulässige Biege-Wechselfestigkeit von 500 MPa bzw. minus 500 MPa ablesen. Der abgelesene Wert kann nun für die Festigkeitsberechnung verwendet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017